Jetzt ein richtig schönes Schaumbad. Oh Mann! Ja, nein, trink mir ordentlich was. Und nicht schon wieder die Pfütze. So gemütlich. Total gefährlich mit Aquaplaning. Einfach schön am Fluss. Nein, im Keller wollte ich den Fluss nicht haben. Wasser kann so schön sein, aber auch einige Schäden hinterlassen. Lass dich bei der Helvetia beraten, was du davon absichern kannst.